Sind Katzen böse Tiere? Warum sind Katzen böse? Katzen sind definitiv nicht von Natur aus böse, gemein oder rachsüchtig. Katzen haben zwei einzigartige anatomische Teile in ihren Augen, die ihnen einen bösen Blick verleihen. Dazu gehören das Tapetum lucidum, das ihre Augen im Dunkeln glänzen lässt, und ihre vertikal geformten Pupillen. Ihr Verhalten ist nicht so energiegeladen und anhänglich wie das von Hunden, was unaufrichtig und ruchlos wirken kann.